Im Frühsommer 2020 brach unter Berliner Islamisten kurz Euphorie aus. Man wolle eine Moschee bauen, in einer Stadt wo quasi katastrophal ist, erzählte der Anführer der Gruppe, Jarab, in einem überwachten Gespräch. Die Männer wollten anknüpfen an alte Zeiten, in denen die Ultraradikalen sich in Berlin noch offen treffen. Vorbild sollte die djihadistische Fossilet Moschee sein. Sie war im Februar 2017 nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz geschlossen worden. Der Attentäter Anis Amri hatte in der Moschee verkehrt. Doch aus den Plänen für einen neuen Treffpunkt würden erst fanden die Islamisten keine festen Räume für ihre Moschee. Nun hat der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD, die Truppe verboten, die zuletzt unter dem Namen Tauhid Berlin auftr. Geisel und seine Sicherheitsbeamten wollten verhindern, dass sich die djihadistische Szene in der Hauptstadt neu formiert und es vermutlich zu weiterem Terror anschließt. Weil die Behörden die Islamisten für Gewalt bereithalten, rückten sie am Donnerstagmorgen um 6 Uhr mit einem Aufgebot von 850 Polizisten aus und durchsuchten 26 Wohnungen in Berlin und Brandenburg. Predigten mit Djihad-Gesängen Geisel begründete das Verbot unter anderem damit, die Gruppe habe den bewaffneten Djihad und Anschläge auf Zivilisten befürworten. Wir dulden keine Räume, in denen der Terror propagiert und der sogenannte islamische Staat purifiziert wird, sagte der ESP. Nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz war es zunächst ruhiger geworden im Berliner Islamisten. Der Druck auf die Szene war gestiegen. Doch Ende 2018 fiel den Behörden ein Kanal beim Messenger-Dienst Telegram auf, der zunächst unter dem Namen Yamatu. Später folgten Kanäle auf YouTube und Instagram. Einiger Monate betrieb die nun verbotene Gruppe eine eigene In-Icon, vergrößern Jarabi. Alias Abu Omar, Standbild aus einer Predigt auf Instagram als Anführer agierte Jarabi, von seinen Anhängern auch Scheich Abu Omar genannt. In seiner Wohnung in Berlin-Reinikendorf verbreitete er radikale Lehren und stachelte seine Anhänger nach Überzeugung der Behörden gegen die Ungläubigen. Eine im Netz verbreitete Predigt war unterlegt mit Djihad-Gesängen, in denen aufgerufen wurde, die Tyrannen zu zerstückeln und dabei die Juden nicht zu schonen. B. Hat nach Spiegel-Informationen seit 2015 Verbindungen in die Berliner Islamist. Früher soll er ebenfalls in der radikalen Fossilet Moschee gebetet haben, die sich selbst als Moschee der Isla Jarabi und seine Anhänger lehnen laut der Berliner Innenbehörde die Demokratie und den Rechtsstaatfundament. Sie akzeptierten nur die Scharia, inklusive brutaler Strafen wie Handattacken. In einem Flyer der Gruppe hieß es, Parlamente, die Gesetze entwerfen, die Allahs Gesetzen widersprechen seien falsch. Mehr zum Thema Berlin und Brandenburg. Großrazzia nach Verbot von Salafistischer Vereinigung Eiken, Spiegel plus Eiken, Spiegel plus wichtigster V-Mann-Pakt aus, ich verfluche den Tag, an dem ich Janis Amri begegnet bin von Jörg Diel, Roman Lebeger und Fidelius Schmidt Urteil gegen islamistische Hassprediger. Wie ein V-Mann und ein Ex-Islamist Abovala hinter Gitter brachten aus Selle berichtet Wiebke Ram Eiken, Spiegel plus Eiken, Spiegel plus Islamisten, ich bin ein Terrorist, haha. Viele Aktivitäten der Gruppe spielten sich in privaten Zirkeln ab, bei Treffen in Wohnungen, in Parks oder beim Gericht. Dennoch blieb den Sicherheitsbehörden nicht verborgen, wie radikal die Islamisten sich gerr. Einer der Männer bezeichnete nach Spiegel-Informationen deutsche Richter in einem abgehörten Telefonat als Kinder. Ein anderer beschimpfte in einem WhatsApp-Chat Bundeskanzlerin Angela Merkel als hirnlose dumme Frau und wünschte sich, dass Gott sie vernichten. Selbst Muslime, die die extremistische Glaubensauslegung der Islamisten nicht halten, waren in den Augen der Gruppe und die eigene Untergruppe für Frauen. Auf Telegram postete die Gruppe ein Bit Gebet. Anna soll den islamischen Gotteskriegern zum Sieg verhelfen und die Flugzeuge ihre Gegner abstürzen lassen, hieß es. Als der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi im Oktober 2019 in Syrien beim Angriff auf sein Versteck starb, trauerten die Islamisten mit einer Art Fotonacht gegen mehrere der Männer von Tauhid Berlin laufen Ermittlungsverfahren. Anna soll einen Polizisten als Hurensohn beleidigt und ihn gedroht haben. Wir haben ein Foto von dir. Ein anderer steht im Verdacht der Terrorismusfinanzierung. Zwei der rund 20 Mitglieder der Gruppe werden als Gefährder geführt. Ihnen traut die Polizeigewalttaten bis hin zu an. Für Frauen gab es bei Tauhid Berlin eine eigene Untergruppe. Die Anführerin soll nicht minder extrem in islamistischen Unterrichtseinheiten in einer Privatwohnung sollen ihre Schülerinnen nicht nur indoktriniert, sondern auch an radikale Männer vermittelt worden sein, zum Zweck der Heilung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020